Nach Jahrzehnten erbitterter Kämpfe im Nahen Osten und einen Monat nach dem Ende aller Kampfhandlungen feiern wir nun den Beginn einer neuen Ära. Endlich Frieden! Baumschlager, du bist mein Erster und mein Letzter. Du hast dich verliebt. Meine israelische Offizierin, kein Verbrechen. Du bist ja nicht verheiratet. Richtig. Israel, haben sie gesagt. Ja, die haben jetzt dort den Frieden noch weggekehrt. Genau, seit einem Monat. Danke nochmal fürs Weihnachtsgeschenk. Originell. Der ist irgendwie anders. Komm zurück nach Israel und warte auf Anweisung. Ich muss sofort wieder zurück. Nach Israel? Ist ja notvoll. Find raus, was dieser Scheißerpresser will und dann gib es ihm einfach. Sie sind Israelis? Nein, wir sind Däne. Unbeschlager. Sie schicken jetzt sofort meinen Mann wieder nach Hause. Scheiße. Dein Vater wird alle Grenzen überwochen lassen. Richtig. Wir haben keinen Baumschlager, aber er hat meine Tochter. Gerüchten zufolge ist ein österreichischer UNO-Soldat der Auslöser dieser Eskalation. Ich muss Ihnen sagen, dass ich meinen Mann töten werde. Wollen Sie mich trotzdem mitnehmen? Deine Frau? Nee, das auch noch. Zwei Geliebte? Hey! Au! Sag mal, seid ihr steppert worden? Baumschlager. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wie du damit umgehst, das ist schon sehr erwachsen. Nein, nicht wirklich. Ich bin wirklich stolz auf dich.